Meistens läuft es ja so. Mit dem Handy schießen wir in den passenden Momenten Schnappschüsse und laden sie auf Facebook hoch. Und dann sind sie da. Dabei würden sie sich doch auch schön als Erinnerung im Fotoalbum, an der Wand oder als Geschenk machen. Damit der Weg vom Fotoalbum in Facebook zum Fotoalbum im Bücherregal ganz einfach geht, gibt es jetzt eine Schnittstelle am Kodak Picture Kiosk. Und den gibt es in fast allen DM-Märkten. Damit kann man Bilder aus Facebook-Alben direkt im DM-Markt ausdrucken und sofort mitnehmen. Und wie das funktioniert, erklären wir hier. Los geht's am Kodak Picture Kiosk. Hier erst mal auf den Button Facebook Connect drücken. Und dann geht's schon ans Auswählen. Welches Produkt soll es denn sein? Sie können sich zwischen Bildern, Collagen oder Grußkarten entscheiden. Ausgewählt? Weiter geht's. Und zwar mit dem Login bei Facebook. Also mit Ihrem Username und Ihrem Passwort. Übrigens, Datenschutz nehmen wir sehr wichtig. Weder Passwort noch Bilder werden von uns gespeichert oder weiterverwendet. Nach der Anwendung werden sie automatisch ausgelockt. Und jetzt kommen zwei Entscheidungen. Erstens, aus welchem Profil möchten Sie Bilder drucken? Aus Ihrem eigenen oder aus einem Ihrer Freunde? Das können Sie aber nur dann, wenn deren Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook das erlaubt. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen bei der Auswahl nicht all Ihre Freunde angezeigt werden. Zweitens, aus welchem Album möchten Sie drucken? Nächster Schritt. Und der eigentlich wichtigste. Jetzt werden die gewünschten Bilder ausgewählt. Übrigens, deren Reihenfolge können Sie bei allen Produkten selbst bestimmen. Dann geht's an den Feinschliff. Rote Augen, grelle Farben. Alles kein Problem. In diesem Schritt können Sie Ihre Bilder noch bearbeiten. Fertig bearbeitet? Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Freunden jetzt mitteilen, dass Sie gerade Bilder über das Kodak Picture Kiosk gedruckt haben. Natürlich über Facebook. Fast geschafft. Wenn Sie möchten, können Sie vor dem Druck noch alles auf eine CD speichern. Stimmt alles soweit? Dann bitte kurz bestätigen. So, wir sind fertig für den Druck. Je nach Bildermenge kann das kurz dauern. Und Sie haben Ihre Bilder druckfrisch in der Hand. Facebook fürs echte Leben quasi. Probieren Sie es doch mal aus.